Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Die richtige Belichtung, das A und O in der Fotografie. Stimmen die Parameter deines Belichtungsdreiecks, ISO, Blende und Verschlusszeit nicht überein? Dann wird es auch nichts mit dem tollen Foto. Moderne Kameras haben den Vorteil, dass sie einen Belichtungsmesser integriert haben. Aber wie genau ist denn der Belichtungsmesser in solch einer modernen Kamera? Oder liegt er manchmal vielleicht sogar daneben? Ich habe mit einem kleinen Test das Ganze mal überprüft. Und ich kann euch sagen, vom Ergebnis war ich mehr als überrascht. Fotografieren Fotografieren, egal ob analog im Mittelformat, hier zum Beispiel mit der Revue 6x6 oder hochmodern spiegellos. Eins ist gleich geblieben. Um ein vernünftiges Foto zu bekommen, muss dein Belichtungsdreieck übereinstimmen. Das heißt, die einzelnen Werte, ISO, Blende und Verschlusszeit müssen so zueinander passen, dass dein Bild richtig belichtet ist. Dass es nicht überbelichtet ist und auch nicht unterbelichtet ist. Moderne Kameras haben den großen Vorteil, dass sie natürlich einen integrierten Belichtungsmesser haben. Das heißt, je nach gewähltem Bildausschnitt und je nach gewählter Belichtungsmessung misst die Kamera intern, welche Parameter zusammenpassen. Ob ISO, Blende und Verschlusszeit in deiner Kamera, in deinen Einstellungen zusammenpassen, zeigt dir die Kamera dann an der Belichtungsmessung an. Die Belichtungsmessung sollte im Idealfall auf Null stehen. Rutscht sie in den Minusbereich, ist dein Bild im Grunde zu dunkel. Rutscht sie in den Plusbereich, ist dein Bild zu hell. Wie genau sind aber die internen Belichtungsmesser? Die Frage habe ich mir gestellt. Und dafür habe ich mir überlegt, warum nicht mal vergleichen. Denn auch ich bin ja oft noch analog unterwegs. Hier Mittelformat Revue 6x6. Gibt es im nächsten interessantes Video zur Street-Fotografie. Ja, der hat aber noch keinen internen Belichtungsmesser. Das heißt, ich muss mir behelfen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Externer Belichtungsmesser. Heute sehr, sehr klein. Ich bin digital mit Anzeige. Und dieser Belichtungsmesser misst in dem Fall dann meine richtige Belichtung. Mein Belichtungsdreieck. Und sagt mir, welche Einstellungen muss ich vornehmen. Und es gibt eine wirklich simple Lösung. Es gibt nämlich sogenannte Belichtungsmesser für Smartphone. Entsprechende Apps messen auch die Belichtung. Denn auch intern, natürlich im Smartphone, muss die Belichtung ja richtig gemessen werden. Das heißt, solche Apps greifen dann zurück auf die Smartphone-interne Belichtungsmessung. Im Grunde, wenn wir jetzt mit allen drei Geräten den gleichen Bildausschnitt wählen, müssten wir auf das gleiche Ergebnis kommen. Physik lässt sich ja nicht überlisten, sondern ISO, Blende und Verschlusszeit sollten ja gleich sein. Aber sind sie tatsächlich auch gleich und liefert vielleicht sogar ein externer Belichtungsmesser ein besseres Ergebnis? Dafür gehen wir mal raus in die Natur und machen mal ein Foto. Schauen wir uns also mal die unterschiedlichen Belichtungsmessungen in der Praxis an. Dafür habe ich mal eine schöne Mischlichtsituation rausgesucht. Hier oben sehr, sehr hell. Der untere Bereich sehr dunkel. Was würde meine Kamera denn jetzt sagen? Denn eingestellt habe ich einen ISO 100 und eine Blende 8. Und dann sagt meine Kamera, wir schauen uns mal die Belichtungsmessung an. Ja, wir sind hier auf 0. Sagt meine Kamera, ja, mit einer hundertstel Sekunde machst du im Grunde das perfekte Foto. Und genau das machen wir auch mal. Zwei Sekunden vor Auslöser und dann ist hier unser Foto. Ja, unsere Kamera hat natürlich versucht, möglichst das Ganze ausgewogen darzustellen. Wir sehen aber hier, der Überbelichtungswarnung, ja, da ist es im Grunde zu hell. Wie sieht es denn jetzt aus mit unserer analogen Belichtungshilfe? Dafür schalten wir das Ganze mal hier ein und dann wird auch gleich gemessen. Ich ändere jetzt mal die Blende, dass ihr es seht, wie es sich verstellt. Ja, gehe auch hier auf die Blende 8 und mein Belichtungsmesser sagt mir hier aber, ja, mein lieber, eine hundertsechzigstel, die wäre tatsächlich angebrachter. Wie sieht es denn jetzt mit dem Smartphone aus? Das Smartphone, auch hier habe ich eingestellt, ihr seht es hier auf der linken Seite, eine Blende 8, nie so 100 und dann machen wir nochmal eine Messung. Ja, ihr seht es ja auch, in der Mitte wird gemessen. Und dann sind wir auch hier bei einer hundertsechzigstel Sekunde. Aber was passiert jetzt, wenn ich tatsächlich auch mit der hundertsechzigstel Sekunde fotografiere? Das ist natürlich eine interessante Sache. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir werden jetzt mal mit einer hundertsechzigstel eingestellt natürlich hier auf der Kamera fotografieren. Das heißt, wir ändern jetzt mal hier unsere Verschlusszeit und zwar auf eine hundertsechzigstel. Und wenn wir uns jetzt mal das Histogramm anschauen hier oben, dann sehen wir schon, ja, das ist gut mittig. Also in der Mitte fehlt zwar, aber es ist nicht ganz links reingerutscht. Das heißt, in den tiefen Bereichen ist noch alles da und in den Höhen, in den hellen Bereichen ist auch noch alles da. Ja, was sagt meine Belichtungsanzeige, meine Belichtungsmessung? Ja, die sagt, naja, du liegst ein bisschen da drunter. Jetzt machen wir mal unser Foto und dann schauen wir mal, wie ist das Bildergebnis? Ja, es ist deutlich besser, denn seht ihr was? Wir haben die überbelichteten Bereiche, die Belichtungswarnung, die ist jetzt raus, beziehungsweise nur noch minimal hier oben zu sehen. Das heißt, das Ergebnis der internen Belichtungsmessung, Mehrfeldmessung der Kamera, ist im Grunde schlechter als das zum Beispiel hier von meiner analogen Belichtungshilfe. Denn die sagt mir auch weiterhin noch eine 160. Sekunde. Und auch hier, meine Kamera-App sagt mir ja, wir messen nochmal, ja, ändert sich nichts. Auch damit ihr es nochmal seht, was sich ändert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel entsprechend die Einstellung ändere, ich gehe auf eine Blende 13, ändert sich hier die Belichtungszeit. Wenn ich wieder runtergehe auf meine Blende 8, bin ich wieder bei einer 160. Verschlusszeit. Ja, was soll ich euch sagen, ihr Lieben? Ich war tatsächlich überrascht. Im Grunde hat man ja dann, wenn man intern die Belichtungsmessung deiner Kamera nutzt, ja falsch belichtet, oder? Also entsprechend deiner Kamera, der in Einstellungen, wäre ja meine Belichtung, wenn ich die interne Mehrfeldmessung, die ich aktiviert habe, die ja einen großen Bereich im Bild abdeckt und daraus mir eine optimale Belichtung zusammenstellt, die wäre falsch. Die wäre nämlich zu hell. Und tatsächlich war ich überrascht, dass, ja, solch ein kleiner externer Belichtungsmesser mir hier schon eher die richtige Belichtung angezeigt hat. Und noch überraschter war ich, dass eine Handy-App im Grunde ja übereinstimmt mit dem externen Belichtungsmesser. Und meine Kamera, ja im Grunde, die ein Vielfaches davon kostet, falsch lag. Gut, sie lag nicht viel daneben, aber ein bisschen. Und gerade wenn du Details herausarbeiten willst, ist es natürlich entscheidend, ob ein Bereich ausgebrannt ist oder ob er noch vorhanden ist. Und das ist eben der große Unterschied. Passt das Belichtungsdreieck oder passt es tatsächlich nicht? Mein Tipp natürlich auch an dieser Stelle. Die Belichtungsmessung intern in deiner Kamera, die ist ein sehr guter Anhaltspunkt. Du kannst dich auf den Nullpunkt einpegeln. Gerade aber bei Mischlicht-Situationen, wie wir sie jetzt hier ja auch in dem Beispiel hatten, ist es wichtig, weitere Parameter hinzuzuziehen. Du kannst zum Beispiel das Ganze auf deinem Display kontrollieren. Das ist aber nicht immer möglich. Gerade bei viel Sonnenschein wirst du ja merken, dass das, was du auf dem Display siehst, oft sehr, sehr dunkel wirkt. Die dunklen Bereiche wirken noch mal dunkler und so richtig drauf verlassen kann man sich nicht. Aber ein guter Tipp ist das Histogramm. Ich habe es euch ja hier im Video auch gezeigt. Das Histogramm mit einblenden. Auch auf meinen Workshops sage ich es immer wieder, richtet euch nicht nur an der Belichtungsmessung aus und schon gar nicht nur am Display. Je nach Helligkeit am Tag ist das nämlich wirklich ein schlechter Ratgeber, dein Display. Sondern zusätzlich am Histogramm kontrolliere. Wie sind die Ausschläge? Habe ich einen sehr hohen Ausschlag auf der rechten Seite, der tatsächlich auch rechts anstößt, dann sind Bereiche überbelichtet. Habe ich einen Ausschlag ganz nach links, das wirklich ganz links anstößt, dann habe ich eine Unterbelichtung. Das heißt, jeweils, wenn rechts oder links etwas anstößt im Histogramm, fehlen dir Details. Rechts sind es die Höhen, dann hast du ausgebrannte Bereiche im Bild. Links sind die Tiefen und das heißt, wenn es da anstößt, dann sind in den Tiefen, in den dunklen Bereichen auf dem Bild, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du entsprechend dort keine Bildinformationen mehr vorfindest. Das heißt, du bist beim Histogramm immer gut beraten, wenn du nicht den klassischen Berg in der Mitte, den wirst du in den wenigsten Situationen haben, aber wenn links und rechts nichts anstößt im Histogramm. Und das solltest du zusätzlich kontrollieren, gerade bei schwierigen Lichtsituationen. Und dann passt es auch mit der Belichtung. Tja, ihr Lieben, da habe ich wohl in den letzten Jahren immer falsch belichtet. Nein, ich habe natürlich die anderen entsprechenden Parameter auch genutzt, um zu kontrollieren, wie läuft das mit der Belichtung. Ist das Ganze richtig gemessen? Das heißt, interne Belichtungsmessung, ein guter Anhaltspunkt, aber so richtig 100% genau? Ja, irgendwie doch nicht. Ist dir das vielleicht auch schon mal aufgefallen an deiner Kamera? Hast du vielleicht noch in den externen Belichtungsmessern, hast du vielleicht dir mal so eine Handy-App runtergeladen, weil du vielleicht auch noch analog fotografierst? Dann probiere das doch mal aus. Zu welchem Ergebnis kommst du? Ich habe mehrere Messungen durchgeführt und war immer beim gleichen Ergebnis. Meine Kamera hat im Grunde immer zu hell belichtet, im Gegensatz zu meinen externen Geräten. Und im Grunde hätte ich tatsächlich, wenn ich mich ans Histogramm gerichtet hätte, auch so belichtet wie die externen Geräte. Tja, schreibt es mir mal gerne unten in die Videokommentare. Habt ihr es auch schon mal festgestellt, dass vielleicht die Belichtung an eurer Kamera nicht richtig stimmt, dass ihr vielleicht immer unter- oder überbelichten müsst? Habt ihr das verglichen mit externen Geräten? All das, ihr Lieben, schreibt es mir unten in die Videokommentare. Wenn euch das Video und natürlich auch mal der kleine Praxistest, wie genau sind denn so neue Kameras, gefallen hat, lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Ob wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne und natürlich völlig kostenlos meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.